ja hallo wie geht's denn so ja die rivale wieder hier es ist moment ich mach mal das lichtschert aus es ist eine weile her ich war in der zwischenzeit sehr beschäftigt sehr sehr beschäftigt ich hatte einen passenden oder freien zeitpunkt gefunden um weiter aufzunehmen ja folgendes ich habe eine neue info und zwar ich habe vor parallel nur ein spiel weiter zu spielen also nur ein letztes play zu führen wenn ich ja und ich habe mich für staus entschieden wenn ich da durch habe kommt mache ich weiter mit ich glaube dark souls 3 und ja das war es eigentlich auch schon diese eine kleine info naja die war viel zu kurz als dass ich dafür ein eigenes video gemacht hätte und ja ich bin ein bisschen raus was gab es hier für das land die tasten wo man hier macht dinge da ok wie hier ich die noch mal und okay gut das war's dann dann alle hopp wir sind das letzte mal hier stehen geblieben und ich frage mich wie es hier weiter geht alles klar und die effekte ok was sagt mir das gespür natürlich ist da hinten einer da hinten sind zwei und da ist da ist eine blaue person ah ich habe die keycard die schlüsselkarte ok was mache ich denn nehmen wir mal dass wir das noch mal dass ich lesen weil der bildschirm echt immer noch was geht mit dem lichtschwert ab hallo ja ok ja ne keine ahnung ah jetzt wir haben eine goldkarte ok das war's was das nein 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 haus wie war das oder ok ich habe die steuerung vergessen tschuldigung tassenkürzel nein oh nein wir haben keine interaktion benutzen eingabe oder er er stimmt ja das wäre das oder weg sind keine ahnung vielleicht war ich da unten schon okay okay dann das und macht schuh nein an guter leben nicht meine güte ja das geht auch habe ich echt die falsche fähigkeit genommen man die verwechsel ich über was ja 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 Mann Nee Boah Ah, also Ja, Kopf, Kaffer Was gibt es hier? Keine Ahnung Ich heile mich mal So Das wäre das Ich muss hier weiter Da oben was Oh, ich kann hier hoch Gibt es hier ein Secret? Keine Müste für mich Bitte Aha Ein Dreieck Verdächtig, verdächtig So Oh Warte mal, war das nicht der Planet mit dem Säure? Ach nein, das war ein anderer Wer ist da? Hä? Hä? Wer? Ja, äh, was? Wo? Oh lol Okay Okay Challenge accepted Habe ich? Oh, wie ich habe Äh, nein Äh, äh Okay Pistole Jawoll Jawoll Okay, dass der mich von der Entfernung aus gesehen hat Die KI hier hat schon Ihre eigenen Stärken Soll ich vom Fallschaden sterben? Okay Macht brauche ich nicht Ich habe Macht Ich bin Macht genug Mächtig genug heißt das eigentlich Aber so heißt das Äh, so klingt das nicht besser in Staus So Äh Ja Und sonst sooo Wie geht's euch? G'ma In der Zwischenzeit gab's Eine Menge LOL Da ist da verpackt Haha, wie geil Äh, in der Zwischenzeit gab's eine Menge neuer Sachen auf der Welt Die so passiert sind's Was bewegt sich da? Nix Ja Ach, Demi Nein Bleib stehen Gut, wenn du den Nahkampf willst, komm her Nee Komm ich schneide die Ferse ab Kostenlose, äh Kostenlose Fersenoperation So Äh Noch einer Ja 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 Meine Güte, seid ihr hier zu dritt Das scheint Loll Genau Stehe auf ihn drauf Stell dich auf ihn drauf Na komm her Nee Na Jawohl Früher nicht runterfallen ich hab noch nicht gespeichert So Heilung Ja Heilung So Glück Heilung Äh Wohin dahin Dahin Oh Moment, was? Hier. Wow. Okay. Das war das. Kontroll-Büchtern-Baden. Ja. Wenn ich sterbe, dann liegt das nicht daran, dass ich getötet werde, sondern daran, dass ich blöd bin. Ja. Ich glaube, das zählt nicht wirklich, oder? Damit... Gut, dann... Löll. Löll. Warum macht das Sichtchratt solche schnieken Bewegungen? So, das ist immer noch da. so dann genau ja 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 ruft die ruft die büte ich wünschte mir man könnte lichtschwerter sammeln wie channel grieber nein 0 rückstoß nix alles gut oder nebel wie der fliegt rutscht man nicht habe schon gesagt dass ich vor die folgen so seltener kommen zu lassen aber dafür in 20 minuten steht hier vor er stimmt ja da habe ich ganz vergessen was weiß so ja nein du bist nicht mehr herrscher des gesetzes hey hör auf mich zu schießen wenn ich auf dich schieße ok du willst auch komm her gib mir deine ferse kann ich eigentlich kann ich dir eigentlich eigentlich komm her du ich sauchte die lebenskraft aus nein kann ich nicht okay gut zu wissen ok den leuten kann man nicht lebenskraft aufsaugen jetzt weiß ich bescheid antiflag nicht treffen würde alter nein was keine muni okay interessant entweder kann es mir nur sofort und er hat aufgehört mit dem jetpack zu fliegen so war ja nicht noch einer waren hier nicht drei ach egal weil ich konnte ich kann schon doch okay so früh bin ich nun auch mal wieder nicht okay der grund warum man gesagt hat halt vielen dank für die munition vielen dank was ist das lieb von dir hat keine treten warte mal hier ist nix da drauf stellen möchte ich mich nicht nicht dass das ding hier unter strom steht auch echt jetzt das ging schnell ich hatte vorhin eigentlich zu treten aber oh aha joh double kill was hast du denn da auf alter treten ist ja voll effektiv das ist ja cool ich habe doch gewusst dass da irgendwas ist man jawohl alter drehen okay ich glaube das ist meine neue taktik spartaner kick ja gut den kann ich nicht treten ja den kann ich einfach so nein hoch ja voll was war das denn das schwede hat ihr den kick gesehen als das so seit geschossen ach du so danke für die muni was war das für muni nochmal ach was das sind batterien ich glaube das war hier für das kaufsgewehr ja also das was ich nicht lesen kann weil fenster haben und so so noch irgendwelche überraschungen auch da kann ich nicht lang ja nee ist klar mal wieder so ah wer ist das macht anmelder sehr gut ich bin dein tot alter geil 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 nein 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 oh mein gott meine güte was machst du denn da nein ey nein 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 oh mein gott ich dachte ich auch nein 17 minuten nein oh mein gott der kontrollpunkt oh hier oh gut ich dachte schon ich hätte wirklich speichern so schocktherapie bitteschön gern geschehen gar kein problem so beten nicht vergessen ich glaube an die macht und es wird dir gut gehen so äh ich sehe dich und rieche dich toll was hast du es ist dunkel ich sehe ihn nicht okay da hätte jetzt ein bisserl mehr von einem kampf gegeben gut dennoch ist dies kein problem die jädi sind hier nein jetzt war es ein double kill nice die jädi sind hier jawoll außerdem bin ich nicht die jädi die jädi weil ich bin nicht all the jädi ich bin ein ja danke ach du bist das wieder ja ach ja stimmt ich habe ja ganz vergessen ja ja j risks ach geil ich dachte schon Alter ich dachte schon strategische Kampfpause jetzt mache ich wieder hier zirkus kunststücke so macht man das da und wo ich herkomme 20 minuten wo ist der fliege typ wirklich wo ist dahin hallo raketentruppe ok der typ ist weg wie mir scheint ja das tod ja gut ok aber warum auch nicht da jetzt bin ich wieder hier hoffentlich stelle ich mich jetzt besser an da kann ich nicht lang ja nein dass das sehe ich auf denn 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 was war das denn was war das denn dreh dich die ganze zeit einfach alter was war das denn für move gerade habe ich doppel kick gemacht oder was war das alter buch seit jemals hier denn her der letzte der letzte der letzte der letzte kommt schon leid das reicht jetzt mal ihr könnt mir nichts ich bin mehr wodka als ihr schaue ich hier keine ahnung was muss ich hier eigentlich noch mal das war das das war das nein 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 f r saug 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 so das waren die schilde achja mach ich mal aus hallo oh da wollte ich sagen ich dachte ich dachte irgendwas halt ne so wer bist denn du hier zwei weitere stehe r ja ja selbstmord ist auch noch nein 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 selbstmord ist keine option sie macht nie selbstmodel ist uncool okay okay was habe ich ich habe auch eine vorbildfunktion man kann ich dann noch mal zurück ohne dass ich jetzt mich selber umbringe wie der typ vorhin da was nein das ist die plattform wo ich angefangen habe nein da ist kein raumschiff da habe ich meine raumschiff im orbit gelassen keine ahnung es sind schon 25 minuten okay dann würde ich sagen danke fürs zuschauen wir haben ich habe neue kampftechniken kennengelernt und praktiziert und einen neuen move gesehen dann fürs zuschauen bis zum nächsten mal ich versuche die abmoderationen nicht so lang zu machen damit man kontinuierlich einfach nacheinander die folgen sofort schauen kann und beim nächsten mal mache ich vielleicht keine anmoderation sondern fange einfach mal an nicht dass ihr euch wundert dass ich am anfang nichts labere okay okay tschüss